Hallo Imker, hallo YouTube. Heute bin ich ein bisschen anders gekleidet, nicht Imker, typisch. Aber das lässt mir keinen Ruhm. Ich will in unser Volk mal reinschauen, in unseren Ableger. Beim letzten Mal habe ich zwei Futterwaben entnommen und durch eine Leerwabe und eine Mittelwand ersetzt. Mein Akku an der Kamera ging leider leer, ich konnte das nicht aufzeichnen. Und jetzt gucken wir uns mal den Zwischenstand an. Ich hoffe, die Königin werden wir finden. Vielleicht legt ihr ja auch Eier. Seid dabei. Diese zwei Waben habe ich hier ersetzt. Die zweite von links und die zweite von rechts. Schon hat mich einer erwischt. Die Mittelwand wurde gut angenommen, ausgebaut. Eier nicht zu sehen. Das war's. Wie kann man 26.000? Das war's. Ja. Ja. Drei, das war's. Da? Ja. Das war's. Was? Da? Da? Oh! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Also, ich weiß auch nicht. Ich nehme euch mal näher ran. So, liebe Imker. Unser Ableger entwickelt sich eigentlich nicht so, wie ich es erwartet habe oder gehofft habe, euch einen schönen Ableger zu zeigen. Ich finde unsere Könige nicht. Im nächsten Schritt, was machen wir mit unseren Ableger? Die Bienenmasse ist vorhanden, die Bienenmasse ist vorhanden, die Königin jedoch nicht. Zumindest entweder bin ich blind, vielleicht wurde sie beim Ausflug, beim Begattungsflug vom Vogel gefressen oder ging verloren. Was Fakt ist, wir hatten fünf Weißelzellen. Wo sind die hin? Das kann ja nicht sein, dass die alle verschwinden. Bei unserem nächsten Schritt werden wir folgendes tun. Wir werden eine Bienenzarge, sprich eine Beute öffnen und unseren Ableger von fünf Rähmchen auf sechs erweitern. In diesen Ableger tun wir unsere bisherigen Rähmchen rein, plus eine frisch gestiftete Rähmchen von einem anderen Volk. Und daran werden wir erkennen, wenn die Bienen diese Larven oder diese Eier, diese Dreitageslarven oder Viertageslarven zudecken oder weiter füttern, dann ist die Königin vorhanden. Wenn sie aber unsere Bienen von diesen Rähmchen, was wir dazu tun, Weißelzellen ziehen, Königinzellen nachschaffen, dann ist das ein Anzeichen, dass die Könige nicht vorhanden ist. Und dann werden wir an unserem Ableger weiterarbeiten und so werden wir unseren Ableger nicht verlieren und ein Bienenvolk wird trotzdem noch entstehen. Bleibt dran, verfolgt weiter, wenn das für euch interessant ist. Für mich ist das eigentlich nicht so bequem, weil die Königin fehlt und das ist für mich nicht so schön. Aber man muss weiterdenken, nicht aufgeben. Das ist halt praxisnahe Arbeit. Es gibt auch solche Fälle und ich denke mal, das wird auch spannend für euch, so wie auch für mich. Wir werden diese Rähmchen in einer Bienenbeute tun. Ich denke mal, beim nächsten schönen Wetter werde ich das tun, in zwei, drei Tagen. Seid dabei, verfolgt weiter, abonniert diesen Kanal, wenn ihr weitere Videos sehen wollt. Setzt bitte einen Daumen hoch für das gefällt mir oder einen Daumen runter für das gefällt mir nicht. Wenn ihr einen Daumen nach unten setzt, bitte argumentiert im Kommentar. Und ich weiß, ihr wolltet vielleicht jetzt schönen Ableger sehen mit Königin, mit vielen Stiften, würde ich auch gern sehen. Aber das ist halt nun mal so, es gibt solche Sachen und solche Sachen. Also wir haben jetzt natürlich die negative Seite erwischt. Oder ich bin vielleicht auch blöd, äh blöd, blind, blöd vielleicht auch, naja, blind eher gesagt. Aber wir tun einfach mal eine frisch gestiftete Wabe von einem anderen Ableger in unseren Ableger. Und dann werden wir sehen, wenn die Bienen Weiselzellen ziehen, dann fehlt da die Königin. Aber ich frage mich, warum das so ist. Wir hatten ja fünf. Naja, so sind unsere Bienen. Man muss halt weiterarbeiten und nicht aufgeben. Bleibt dran. Viel Spaß bei der Imkerei. Alles Gute. Bleibt gesund. Und...